Hallo, hier ist der Martin von Money Bankies. Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 21.05. Ich mache nun doch eine Analyse. Die Frankfurter Börse hat geöffnet. Das heißt, der DAX ist handelbar. Da war ich gestern noch ein bisschen anders getrichtert. Dachte, die haben auch einen Börsenfeiertag. Dadurch aber nicht so ist es Handel und wir sollten auch mal drauf gucken. Nicht, dass der ein oder andere dann eine komische Überraschung erlebt in dem Moment, wo er glaubt, bewegt sich gar nichts und dann rennt hier alles los. Ja, Titelbild über den Wolken. Da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Gibt es ein schönes Lied, haben wir damals in der Grundschule immer singen dürfen. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Ja, alle Sorgen und Ängste blieben darunter verborgen. Und dann alles, was groß und wichtig erscheint, blieb dann nichtig und klein. Wenn man das so sieht, eigentlich passend auf die aktuelle Situation kann es fast gar nicht sein. Also wenn sie auch mal so zum Nasdaq gucken, was der da abliefert, der ist fast am Allzeithoch und Wahnsinn. Also ich bin da sprachlos, ganz ehrlich. Als es den da unten runter gefledert hat, ich warte ja seit Jahren. Also wie lange machen wir den Spaß hier? Ich warte ja wirklich schon mal drauf. Das ist schon lange drauf. Dass man mal so einen richtig langen Crash kriegt, wo man halt mal auch mal eine ganze Weile einfach mal schön, mal auch mal das, was wir sonst immer sehen, dieses Konstante nach oben, dass man das einfach auch mal nach unten sieht halt. Grundsätzlich lässt es sich dann nach unten immer leichter handeln. Jetzt haben wir mal wirklich einen Crash gehabt und zwar innerhalb von drei Wochen vorbei. Das ist echt unfair. Das muss man schon sagen. Also unsere Generation, die, was weiß ich, 2002 noch nicht getradet hat. Ja, und da muss ich mich ganz klar dazu zählen. Ist so und nicht. Ist das schon unfair. Wir würden das halt auch gerne mal haben. Es ist schon blöd, wenn man uns das jetzt verweigert. Aber die sind ja total, auch wenn ich jetzt gucke, was er jetzt gemacht hat, schon wieder. War eine Vorlage. Wir haben ja schon gesagt, grundsätzlich DAX eher nach oben, vielleicht aber noch einen tief, weil er eben so tief geschlossen hat. Dann muss man schon rechnen, dass er sich nach oben kämpft. Haben wir auch gesagt, der muss gar nicht total eskalieren. Das reicht vollkommen, wenn er auf hohem Niveau macht. Hier einfach nochmal in den Bereich 1,67 und so weiter reinstechen. 1,76, glaube ich. 1, was hat man noch genannt? 23. Nee, warten Sie. Jetzt bringe ich was draussen anderes. Das war in den Mails. Was haben wir hier benannt? Haben wir eine Marke genannt? Ich weiß es gar nicht mehr. Gestern. Aber wir haben es, glaube ich, so gesagt, dass ich hier oben einfach zur Seite hampeln kann. Das wäre völlig okay. Das wäre auch stark zu werten. Dann muss man auch vorsichtig sein, dass man dann nicht sagt, oh, der ist aber schwach. Der kommt nicht so weit raus. Also das ist starke Vorstellung gewesen. Ganz klar. Die Erwartungshaltung war schon ein bisschen tiefer. Abwärtsgap. Ich glaube, wir haben es nicht mal richtig geschlossen. Das durfte auch einige überrumpelt haben, die vielleicht am Vortag noch short rein sind. Das Sentiment war durchgängig negativ. Auch zum Mittwoch war eigentlich das Sentiment total negativ. Und dann habe ich mich geärgert. Mit der Elisa haben wir einen Trade reinstellen wollen und haben uns da an eine bestimmte Stelle festgemacht und gesagt, okay, wenn er in dem Bereich, wenn er drüber schießt, für grüne Stunde Kerze, legt man einen Long rein. Wenn er von dort eine rote nach unten drückt, probieren wir einen Short. Dann hat er uns natürlich schön reingetriggert in den Short und dann eigentlich gar nicht großartig nach vorne gelassen. Das Ding war jetzt relativ knapp abgesichert, hat er aber nach hinten ausgestoppt. Bisschen schade. Ja, ein bisschen schade. Auch im Nachhinein. Das Sentiment war durchgängig negativ. Das habe ich dann hinterher gesehen, hat mich dann auch ein bisschen geärgert. Da hätte man sich den Short dann wahrscheinlich auch klemmen können. Ja, ist positiv. Also man sollte da auch aktuell ein bisschen drauf achten. Das vielleicht auch für Sie so als Hinweis, dass man einfach ein bisschen ein Auge drauf hält. Auch zum Donnerstag gucken Sie, wie die drauf sind. Für mich persönlich kann ich sagen, mein Sentiment, das steht jetzt auf absolut long. Ich kann mir vorstellen, dass das vielen anderen auch so geht. Wenn die jetzt alle auf die Long-Taste drücken zum Donnerstag, dann kriegen wir vielleicht endlich mal eine Abwärtsbewegung. Aber für mich ist wirklich das Titelbild, das ist sinnbildlich mit meiner Markteinschätzung. Wirklich. Also für mich, ich hätte ihm die Chance gegeben, hier noch ein bisschen runter. Hat er nicht gemacht. Auf der anderen Seite, da müssen wir auch aufpassen, dass wir jetzt hier nicht so viel Gefühl reinbringen. Wir haben ja jetzt eine erste Welle. Wir haben eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte. Das heißt, der Aufwärtsimpuls ist fertig. Also theoretisch, theoretisch kann jetzt eine dreiwellige Korrekturbewegung kommen. Die kann bis zu 61 Prozent, 50 Prozent vielleicht, von der Bewegung einnehmen. Das heißt, es ist schon nicht ausgestoßen, dass der nochmal runterkommt. Dann lässt er hier oben einen Doppeltopf stehen, dreht sich nach unten, aber er muss damit anfangen. So, und das, das wird, glaube ich, schon schwer. Man sollte niemals nie sagen, gestern haben wir auch gesagt, es sieht ganz gut aus, dass er unten raussticht und er hat es nicht getan. Aber das ist, auch die Amerikaner, das ist schon technisch gesehen ein gutes Umfeld. Die Aktien, was wir gestern angesprochen haben, die alle hier die Kaufsignale geworfen haben oder geworfen hatten, wo wir gestern uns ein bisschen drüber lustig gemacht haben, was da los ist, dass die alle nicht nach unten ziehen. Die haben sich alle schön ausgekontert gekriegt stehen. Es steht vieles wirklich gut da. Und deswegen, ich denke weiterhin, das ist ein wichtiger Punkt, denn, also bei mir macht der Markt gerade genau das, was ich, was ich hier, was ich Ihnen die ganze Zeit immer erzähle. Und ich habe Ihnen auch, ich habe Ihnen damals auch gesagt, achten Sie auch auf mich, ne? Auch ich werde in dem, irgendwo, in dem Punkt, irgendwo in dem Bereich, werde ich auch meine Meinung ändern und den ersten Pfeil nach oben setzen, ne? Können Sie sich erinnern? Und das haben wir damals immer gesagt, ne? Selbst wahrscheinlich dann, wenn er den ersten Pfeil nach oben setzt, dann triggert er den an und dann kommt das zu unserer zweite Welle. Ne? Dass er auch wirklich den Leuten in Sicherheit gibt. Das klappt jetzt, der läuft jetzt durch. Ich bin hier wirklich drauf und dran, einen reinzuzeichnen. Soll ich es machen? Dann freuen sich vielleicht welche und denken, er fällt jetzt durch. Aber es ist schon das, was er gemacht hat. Wir haben jetzt neue Hochs. Wir haben, glaube ich, wir haben noch kein neues Jahreshoch gesetzt. Nein, Moment, 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 Moment. Nicht richtig. Nicht richtig. Martin, was erzählst du? Jahreshoch ist hier oben. Davon sind wir ganz, ganz, ganz weit weg. Ich habe ein bisschen zu doll auf den Nasstag heute ein bisschen zu doll drauf geguckt. Also es gibt schon amerikanische Tech-Werte, die jetzt neue Allzeithochs gerissen haben. Es gibt grundsätzlich relativ viele Titel, die auch weiter fleißig Allzeithochs gerissen haben. Wahrscheinlich gerade nicht unbedingt immer die, die sie mit im Depot haben. Häufig dann manchmal so. Aber gut. Okay. Was wollte ich jetzt hier sagen? Also untergeordnet. Ja, der ist jetzt nach oben Platz. Ich würde jetzt tatsächlich hier, ich würde jetzt hier, ja, wir haben, ich sehe es schon so. Ich bin momentan, mich hat er jetzt gekriegt. Mich hat er gekriegt. Also ich würde jetzt schon denken, wenn wir hier jetzt auch über unsere Zone 1150, wir haben die 11800 da, die ist recht interessant. Ich würde aber denken, 200-Tage-Linie ist dann erreichbar. Ähm, ist jetzt erreichbar. Das heißt, auch bei mir dreht sich der Blick immer weiter nach oben und das wird interessant. Das ist jetzt genau, es ist genau. Und deswegen ist es immer wichtig, dass wir uns vorher so viele Gedanken darüber machen, wie denken wir an einer bestimmten Stelle. Weil nur dann können wir den Punkt ausnutzen. Und wir haben das gesagt, wir haben das gesagt, in dem Bereich hier oben wird, vermute ich, da standen wir noch hier, da standen wir noch hier, haben wir gesagt, vermute ich, dass die Leute anfangen, Abstand zu nehmen, nicht mehr daran glauben, dass sie unter 8.000 geht, nicht mehr unter 10.000 geht und so weiter und so fort. Ich habe heute auch sehr, sehr, sehr viele Mails gekriegt, kritische, beunruhigte Fragen. Ja, Martin, denkst du noch, dass wir überhaupt noch mal unter 10.000 fallen? Da brauche ich gar nicht in die Depots reingucken, das weiß ich, was die Leute für Trades offen haben, die solche Fragen schicken. Das sind keine, die jetzt überlegen, ob sie was reinsetzen. Das sind die, die alle noch auf Shorts sitzen. Die irgendwo hier Shorts aufgebaut haben und denen langsam ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht, ob wir jetzt runterfallen. Die fragen dann, Martin, bitte bestätige mir, dass es Sinn macht, an meinem Shorts festzuhalten. So, und das ist immer was, wo ich sage, das mache ich grundsätzlich. Also, ich bin da auch wenig bereit zu helfen, weil das ist immer, wenn man, gerade wenn man auch ohne Stop-Loss tradet und so, wenn sie das immer wieder machen und dann kurz bevor es zu spät ist, zu mir kommen und mich um Hilfe fragen, ich kann da kein, ich kann da nichts mehr gewinnen halt. Also, das Kind ist dann in den Brunnen gefallen. Wenn ich da einen Deckel auf den Brunnen drauflege, dann habe ich dem Kind nicht geholfen. Also, ich kann da nicht viel machen. Ich kann immer nur das raten, was am sinnvollsten ist. Und das ist immer ein Risiko zu begrenzen. Das heißt, Stop-Loss setzen, das heißt, Position vielleicht sogar direkt glatt stellen, wenn sie zu lange war und nicht geplant ist, vielleicht einfach später einsteigen, wenn entsprechende Verkaufssignale auch kommen, wenn eine Bestätigung kommt, einfach neu einsteigen und knapp abschätzen. Aber Trades, die laufen, weil man das einfach so gemacht hat und nicht sich am Anfang Gedanken gemacht hat, wann beendet man die. Das sind scheiß Trades und die will ich auch nicht, kann ich nicht im Nachhinein retten. Das geht nicht. Kann ich einfach den Markt umdrehen halt. Das vielleicht gleich als Pauschalantwort an alle, die überlegen, ob sie mir noch was schreiben. Weil das ist tatsächlich, also das mache ich dann halt. Ich schreibe, wenn es mein Trade wäre, also ich würde jetzt wirklich abgrenzen. Hier sind jetzt neue Hochs drin. Da kann man auch mal versuchen, ein paar Punkte long mitzugehen. Weil in dem Moment, wo man irgendwo hier eine offene Position drin hat, dann denkt man für die Position. Dann ist man im Kopf nicht frei genug, um hier zu sagen, okay, dann long ich jetzt noch mal hoch bis zur 4,30. Das sieht ja attraktiv aus. Das kann er jetzt schaffen. Das ist halt auch so. Nee, dann sitzen sie da und gucken sich das mit ihrer Minusposition noch an. Ja, und das ist halt kacke. So, deswegen. Ich bin immer kein Freund davon, das zu lange auszusitzen, wenn man keinen Plan hat. Also man sollte immer einen Plan haben. Man sollte eine Exit-Strategie haben. Man sollte es begrenzen. Man sollte sich vorher überlegen, wo baue ich wie die Position aus. Dann kann man sowas machen. Aber das empfehle ich denen, die wissen, was sie tun. Und wo ich auch weiß, die haben eine gewisse Risikovorstellung dahinter und die können das bewerten und messen. Gerade Anfängern rede ich das immer ganz klar ein. Das ist nicht gut. Und das ist auch nicht gut. Weil das führt dazu, dass irgendwo die Depots dann kaputt gehen. Und es gibt keine Garantie, dass der DAX nicht eben dem Nasdaq hinterher macht und hier lossprintet halt. Gibt's nicht. Es gibt keine Garantie, dass die nicht einfach jetzt irgendwann den Dings sticht und der uns eine Woche hinstellt, wie er runtergekommen ist. Das kann kommen. Warum denn nicht? Da muss nicht mal was passieren. Da reicht es schon, alleine die ganzen Shorts rauszuschmeißen. Eine Woche so hinstellen, wie er runtergekommen ist. Hier einfach oben rausbeschleunigt, um die ganzen Shorts vor sich hinzuschmeißen. Zack, steht er bei 12.500. Dann gucken sie aber dumm aus der Wäsche. Wenn sie hier das nicht sauber abgrenzen. Ja, und deswegen schön mit den Kerzen arbeiten halt. Also auch so nach so Signalkerzen halt. Einfach mal irgendwo ein bisschen raus punktuell arbeiten und sich Gedanken machen. Wo, wie, will ich, was. Der Plan, der muss aber vorher stehen. Und das mit dem Plan vorher stehen, es betrifft eben auch unsere Verkaufszone. Hier war unsere Erwartungshaltung. Wir gehen davon aus, dass in dem Bereich die Leute sich drehen, dass die nach oben denken, dass die 200-Tage-Linien sehen, dass die vielleicht auch sogar den Gap-Kluss sehen und so weiter. Der Markt hier einfach nochmal nur zur Seite schiebt. Der Markt die gar nicht alle bestätigen lässt. Die ganzen Longs einsammelt. Die ganzen Aktienkäufe einsammelt, weil die ganzen Kaufsignale hier kommen. Das haben wir erzählt. Der stand hier unten. Das ist für unsere Erwartungshaltung. Jetzt trifft alles gerade genau ein. Es trifft alles gerade ein. Und ich bin jetzt genau an dem Punkt, wo ich sage, ich denke jetzt so, wie ich es hier erwartet habe, dass ich hier denke. Und das ist für mich jetzt so ein Wannsignal, wo ich sage, okay, die nächsten roten Kerzen gucken wir uns mal genauer an. Weil die vermutlich nach unten ein bisschen mehr Schmackes entfalten können, wenn nicht gar sogar richtig viel Schmackes entfalten können und uns hier auf Gap-Close-Jagd gehen. Aber solange noch grüner Schwung drin ist, nehmen wir den auch mit bitte. Also das heißt, solange hier noch grüne Kerzen sind, darf man auch kurzfristig da eben noch Longs mit probieren. Dazu macht es sich gut, auf eine untere Zeiteinheit reinzugehen. Da gab es jetzt auch im Chat bei uns heute. Gibt es ja hier bei money-monkeys.com. Das ist ja kostenlos für alle, nicht nur für die, die im Premium-Dienst sind. Kann ja jeder rumchatten, auch mit uns chatten, mit den anderen chatten. Da sind ja auch einige mit dabei, die da auch ein bisschen was auf dem Kasten haben. Trotzdem alles mit Vorsicht nehmen, was sie da lesen. Mit gesunden Menschenverstand. Kann das überhaupt stimmen? Alles kritisch hinterfragen. Das ist wichtig. Das müssen sie selber lernen. Das müssen sie immer, immer, wenn es um Geld geht, Sparkasse, nee, ist eben nicht so. Sondern selber Gedanken machen, ein bisschen rational rangehen. Es ist nichts einfach. Nirgendwo liegt Geld auf der Straße. Jeder, der behauptet, der macht jeden Tag tausende Punkte Gewinne, bitte mit Menschenverstand. Weil sie sehen, also man will immer nur das eine sehen. Es gehört aber auch was anderes dazu beim Trading. Und das ist der Punkt, worüber eben viele nicht so gerne sprechen. Und man spricht auch nicht gerne davon. Verluste. Man stellt sich nicht hin, oh Mensch, und das liegt nicht in der Natur des Menschen. Sondern man hebt immer das, also die meisten heben einfach das Positive hervor. Also da auf jeden Fall aufpassen, auch wenn sie sich damit im Chat beteiligen und so weiter. Immer mit gesundem Menschenverstand alles bewerten, für sich selber einordnen, alles, auch was wir machen. Aber das machen sie so und so. Ich denke, das muss ich ihnen nicht sagen, aber vielleicht einfach nochmal ein bisschen bewusster machen halt. Es ist Geld, Börse ist Arbeit. Das ist nicht einfach leichtes Geld zu verdienen. Und das Problem, was viele, was auch ich am Anfang, dann nehme ich mich nicht raus, das habe ich genauso gemacht. Bin immer dahin gerannt, wo die mit den größten Prozenten gewunken haben. Dann habe ich probiert, das nachzumachen. Bin voll auf die Fresse geflogen. Hab das überhaupt nicht abbilden können, was die da gemacht haben. Die haben weiter tollsten Gewinne gemeldet. Ich nicht. So bin ich zum nächsten gerannt, hab geguckt, was macht der? Meldet hier die tollsten Gewinne, meldet hier die tollsten Gewinne und irgendwann habe ich aufgehört. Habe ich gemerkt, nehm, pass mal auf. Du hast hier aber zwei, die haben dir noch nie was davon erzählt, wie viele Gewinne die gemacht haben. Haben die noch nie erzählt. Aber das, was die dir erzählt haben, das hat mir geholfen. Das hat mir geholfen und das habe ich für mich anwenden können, dass ich Profit gemacht habe. Ich weiß von denen heute noch nicht, wie viele Gewinne die eigentlich machen, weil die nie davon reden, weil die das nie groß raushängen lassen. Aber das, was die machen und das, was die erzählen, das hilft mir. Und das ist so ein bisschen der Punkt, da muss jeder für sich lernen, da hinzukommen. Sie können sich das von mir anhören, sie können aber auch sagen, was erzählt der Typ da? Machen sie es, wie sie es denken. Sie werden auf das gleiche Ergebnis am Ende kommen. Das ist mir nur wichtig, wenn sie auch bei uns im Chat mit drin sind und wenn sie das lesen und gucken halt. Alles ein bisschen, es kochen alle mit Wasser und es haben alle den gleichen Kurs und niemand ist schlauer als der andere. Das ist einfach so. Der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung als der andere, aber das ist trotzdem, es sitzen alle vor dem gleichen Zeug und es haben sogar auch alle die gleichen Probleme. Glauben sie mal. Glauben sie das mal nicht, dass das nicht so ist. Selbst jemand, der 100 Jahre Erfahrung im Trading hat, der macht trotzdem auch noch ein paar Fehler. So ist es nicht. Gut, okay, jetzt kommen wir zum DAX. Brauchen nicht viel erzählen, deswegen habe ich auch so viel Vorspann gehabt. Geht er hoch, Donnerstag ein bisschen aufpassen, Donnerstag schlagen in dollerster Seite, können aber durchaus krasse Trendtage werden. Also ein 11,480 ist für den Donnerstag null Problem. Das sind 270 Punkte, das ist gar nichts. Gucken sie mal, was wir jetzt gemacht haben. Das sind 200 Punkte gewesen und es kam einem vor, wie es ist das stehen geblieben. Das wären jetzt 270 Punkte, dafür bräuchte ich bloß ein kleines Aufwärtsgeld, 50 Punkte und der Rest kommt von selber. Also zum Donnerstag oberhalb definitiv ein bisschen aufpassen. Alles, was über, ich sag mal, 2,45, 2, ups, 2,45, 2,60 geht. Das geht dann über 3,50, das geht über 3,60 hoch zur 4,15 bis 4,45. Jetzt brauchen wir noch einen Pfeil, den können wir hier oben reinziehen und dann haben wir das im Kasten. Na, muss man schon so sagen, also oben, hallo, was sind das? Mich veralbern. Kriegen wir, kriegen wir hin. Müssen wir bloß auf die richtigen Lampfe drücken. Aber ich habe ja auch drauf geguckt, so war es sogar selektiert. Da machen wir nochmal. Schon mehr Druck auf der Maus und dann wird ein Schuh draus. Ja, also, alles, was hier jetzt so drüber geht, muss man schon sagen, weiterer Trend, weiterer Aufwärtstrend kann, bis durchaus im Bereich um 4,30, 4,15, 4,45. Das sind so die wichtigen Punkte da oben. Geht er da durch, Freunde? Geht er da durch, natürlich. Da drückt die Welt nicht auf. Geht er da durch. Nehmen Sie mal die 55 mit auf den Zettel und die 6,90. Das sind die nächsten. Bei 55 haben wir einen wichtigen Gap-Close. Und selbst eine 6,90 zum, das sind, das sind, das sind, gucken Sie mal, das sind 400 noch was Punkte. Das ist zum Donnerstag erreichbar. Ohne Scheiß. Ja? Also, wenn er sich oben rausdrückt, auch nicht ganz gegen die Signallage stellen, solange der Grün durchdrückt, zeigt er Stärke und Stärke ist dafür prädestiniert, dass da noch was kommen kann. Deswegen nicht zu krass gegenstellen. Auch nicht, nicht, nicht jetzt hier, ne, von wegen, das, das hier, von wegen hier Pfeil und so. Machen Sie nicht den Fehler und sagen Sie sich, ach, da kann ich doch jetzt schon reingehen. Gehe ich jetzt schon short, kommt er eh wieder runter. Vorsicht. Sowas klappt ganz oft nicht. Ja? Weil dann läuft es so hoch, bis sie raus sind, bis sie rausgezwungen werden, wenn man irgendwo an einen Punkt geht, wo sie sagen, okay, bis hierhin hätte ich, gar nicht gedacht, jetzt ist er doch, dann geht er vielleicht bis 12, 300. Ne? Dann vögelt er sich hier komplett raus und dreht dann erst. Ne? So, dann kommt er irgendwann hier unten, aber sie hat es komplett zerredert bis dann. Ne? Deswegen, so eine Einstellung, ach, der kommt hier eh wieder runter. Vorsicht. Echt Vorsicht. Ne? Weil, wenn viele so denken, dann sind das genau die Phasen, in denen der Markt richtig starke Trends entwickelt, weil er nämlich unheimlich viel Kohle vor sich her schieben kann. Ne? Und die ganzen Shorts dann rausvögelt. Jo. Gut, damit haben wir das. Unten ist die 1,50 wichtig. Von oben, da haben wir uns halt zum, kurz aufs Datum gucken, zum Mittwoch jetzt ordentlich drauf aufgehalten. Ne? Das ist hier so der Bereich, ich sag mal eins, sieht man jetzt auf der Ebene tatsächlich nicht, müsste man jetzt sogar tiefer ansetzen, von hier, so Richtung 100, 11100 bis 11150, ist eine kleine Rücklaufzone, ist eine kleine Rücklaufzone, ist eine kleine Rücklaufzone, ja, hier unten haben wir ein Gap-Klos, und ansonsten, wie gesagt, Donnerstage können stark zur Seite schlagen, können aber auch ordentliche Trends werfen, also insbesondere, wenn der auch per Stundenschuss sich hochstellt, und dann stabil auf der Ebene bleibt, nicht umdreht, dann passen sie auf, dass sie nicht anfangen, bei grünen Stundenkerzen Shorts aufzubauen, halt, ne? Weil, äh, das, bei Donnerstagen kann er wirklich dann, der kann da 4, 5, 6 so eine Kerzen hintereinander stellen, bevor er dann anfängt, erstmal zur Seite wieder ein bisschen zu schieben, und dann gegebenenfalls umzudrehen, ne? Deswegen gucken sie schön, wo er kommt, sollte er aber unter 11200 bleiben, geben sie ihm etwas mehr Raum, ja? Geht er oben raus, geben sie ihm Luft, sich zu entfalten, zu laufen, bleibt aber unter 11200, geben sie ihm Schwankungsspielraum, der wird hin und her, der wird nach unten anreißen, sie werden denken, der fällt bis 10, 400, macht er dann aber nicht, der dreht dann wieder hoch, dann macht er das nochmal, und dreht wieder hoch, das, das sind typische Donnerstage, ja? Also, ja, genau, das sind typische Donnerstage, aber, was wir eben auch aufsehen, sind diese, diese Trendreiser, und das können sie daran erkennen, wenn er eben hier oben rausstellt, hohen Stunden Schluss setzt, so über 1245, 1260, dort stabil bleibt, dann, dann Trend, ne, so, das sind so zwei, ganz charakteristische Merkmale, für Donnerstag, kann man, kann man damit eigentlich gut, auseinanderhalten, muss man sich aber wirklich, jetzt auf den Zettel schreiben, morgen nochmal, dann ganz genau mit drauf gucken, wenn man dann handelt, ganz genau drauf gucken, ansonsten ist halt Feiertag in Deutschland, am Freitag Brückentag, da wird auch nicht, ganz so viel Volumen kommen wahrscheinlich, also, deswegen kann aber trotzdem, den Trend auch unter geringem Volumen, richtig durchziehen, wenn die Amerikaner halt ordentlich, oben rausgezogen werden, zieht es den Dax dann mit halt, ne, deswegen nicht jetzt denken, nur weil Feiertag ist, passiert nichts, kann genauso viel und noch mehr passieren halt, vielleicht sogar gerade, weil so wenig Volumen dann drin ist, ja, okay, also, wir nehmen die 200 mit, darunter rechnen sie mit, mit Schwankungszeiten, 100 bis 150, hier der Bereich, und auch deutlich tiefer, ja, ich würde sogar auch eine 9,60 mit ins Rennen werfen, aber dafür muss er, dafür muss er schon kräftige rote Kerzen werfen, dafür hat er eigentlich momentan keine Grundlage, er hätte jetzt eher mehr eine Grundlage, einen Aufwärtsgip und weiterzudrücken, ne, aber nimmst du die 200 so ein bisschen als Markierung, und die 2,45, wenn er da per Stunde schon drüber geht, ich glaube, damit fährt man zum Donnerstag jetzt nicht verkehrt, ne, dann sollte man ganz gut zurechtkommen, ja, und ansonsten oben raus, wie gesagt, haben ein gutes, haben ein gutes, gutes Marktumfeld jetzt wieder, also so von den, von den Signalen, auch von den Kaufsignalen, Technik-Signalen, es sind viele, viele Institutionelle, die jetzt wirklich gezwungen sind, jetzt zu investieren halt, weil, ähm, sie haben den Auftrag ihrer Kunden, Performance zu machen, und wenn die jetzt sehen, sie warten hier auf eine zweite Welte, sie warten auf einen Crash, und der Markt macht die Performance ohne sie, dann stehen die Kunden da, und sagen, was ist denn los bitte, runter zu, du hast jetzt alles mitgenommen, oder was, aber hoch zu jetzt nicht, das kannst du dir nicht erlauben, als Institutioneller, das heißt, du musst das Cash reinlegen, und das, sowas kann den Markt drücken, das kann treiben, deswegen, wenn der weitere Kaufsignale triggert, und das heißt, neue hochsetzt, kann er laufen, also, lass es denn laufen, ne, sie kriegen nicht gedreht, wenn sie sich gegenstellen, dann wartest du die roten Stundenkerzen, mindestens mal ab, ne, dann kann man immer noch Short probieren, ja, und wenn man Glück hat, kommt halt die erste rote Stundenkerze erst hier oben, ja, gut, Freunde, damit denke ich, sind alle gut gewappnet, ich bin, guter Dinge, dass man damit was anfangen kann, hoffe es hat Ihnen gefallen, und mache damit aus, ich wünsche allen, die nicht vor dem Parkett sitzen, nicht vor den Kursen sitzen, sondern vielleicht mit dem Radl draußen unterwegs sind, den Feiertag genießen, trotzdem einen wunderschönen Feiertag, und wir hören uns dann am Abend nochmal fürs Video zum Freitag, bis denn, tschüss. Bein, ... ... ... Vielen Dank.